Die nächste, wo wir da die Klicks stehen auf dem Programm. Wieder ist das Bild mit zehn Puzzleteilen bedeckt. Und nach und nach wird das Bild wieder von den Puzzleteilen entfernt werden, sodass immer mehr für Sie zu erkennen sein wird. Zusätzlich gibt es von mir natürlich wieder Hinweise. Und wie beim ersten Mal ganz, ganz wichtig, wer den Titel oder das Register erkennt, aufstehen, laut Stopp rufen und dann hören wir, ob es stimmt. Als Gewinn natürlich die zweite. Freie Eintrittskarte fürs Nächste. Also, wenn das nicht ist, meine Damen und Herren, dann sage ich, da lieben, klicken. Alle Musikviertel stammen aus der Zeit von 81 bis 85. Bosi spielt zu Beginn eine zentrale Rolle, gefolgt von Einschlafschwierigkeiten. Diese Musik, meine Mutter, stopp. Stopp? Kanal im Sterbezimmer. Hey! Ja. Gehört dazu. Lassen wir gelten. Applaus, bitte. Ich habe mir noch gesagt, die Musik ist Kult. So wie auch unser ältester aktiver Musiker mittlerweile Kult ist, denn der ist dabei. Es ist das größte, es ist das größte, es ist das größte Register in Musikzug, wenn es da zugemacht, bevor man sich den Sternenäppel anschaut und zum Schluss aber nicht so richtig abmordt. Und es ist der Katertitel der neuen deutschen Welt. Für Sie nun heute Abend die Spider-Murphy-Gang, die Münchner Freiheit, Klaus Waage, Hubert K. und Falko zusammen in den 80er-Kultur. Also, viel Spaß. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018